ich bin schon reingegangen nicht in adopt me doch nicht in adopt me nein ach so ja doch 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 ja stimmt ich bin falsch reingegangen dann ist egal jetzt dann machen wir jetzt noch mal ein versuch mit adopt me ja also leute wir machen jetzt noch mal ein versuch mit adopt me wir haben zwar schon ein video hochgeladen aber das war halt fehl und jetzt oder wie man es ausspricht ja okay über kannst ich nicht und ja jetzt versuchen wir es halt noch mal richtig ich schreibe jetzt ja ich sehe dich also ich sehe dich nicht aber ich habe es gesehen was du in den chat geschrieben hast okay ich gehe zur roten drücke ja okay dann gehe ich da auch hin ich hoffe dieses mal funktioniert ist sonst oder dann raste ich so aus ja wir lieben uns also jetzt nicht also jetzt nicht so also wie soll man sagt verliebtheit sondern als freunde halt aber immer du wirst nicht in meiner familie sonst müsste ich dich nicht anrufen stell mal vor stell mal vor du hättest ein zimmer neben mir und ich rufe dich nicht sondern rufe dich einfach an und sagt wollen wir zusammen spielen aber du kommst nicht zu mir rüber sondern wo bist du ja gesagt ich habe mich umgezogen also ich bin ja das immer also was wollen wir jetzt machen wir gehen jetzt schienlaufen okay warte ich lauf dir hinterher warte nicht so schnell ich bin nicht so schnell ich weiß nicht warum andere so schnell laufen können ich bin immer so langsam ich auch nicht man dauernd kommt hier ich soll gingerbread keine ahnung kommt immer wieder wo bist du bisher zum gingerbread gegangen und da bist du ja ja ich sehe dich jetzt auch hier gerade nicht gesehen okay warte hey warte ich stöße dauernd immer an die pinguine ja ich sehe nichts hey warum bist du so schnell nein ich bin an den pinguin gestoßen nein leute wir müssen gewinnen wir müssen gewinnen juhu soo hui springen wir rüber wenn ihr abonniert seid ihr für mich und wenn ihr ein like geht seid ihr für mich ich bin ja okay ähm also wer denkt ihr gewinnt ich bin jetzt auf der roten drücke wenn ihr abonniert dann seid ihr für mich wenn ihr liked dann seid ihr für über okay andersrum nein 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 ich mag abonnieren mehr als liken dann sind das meine likes ja okay so ja ich hab 20 dinger scheiß pinguine bist du schon da hey ich bin hier an den jungen gestoßen hey der stößt mich die ganze zeit an ich bin jetzt auf der holzbrücke welche holzbrücke ich bin da wo ey diese blöden pinguine und dann wenn die immer so sagen warum schubst du mich an pinguine also leute ihr müsst wissen in der weihnachtszeit darf man die anderen spielen ja und ein pinguin ich seh dich nicht mehr ich glaub ich hab dich gewonnen ich bin jetzt bei der holzbrücke wir werden aber nicht sagen wir werden aber nicht sagen wer gewonnen hat denn das sollen die youtube äh die die zuschauer erstmal herausfinden ich hoffe dieses mal sind meine kommentare nicht deaktiviert und youtube ich sage dir ja youtube ich sage dir wir sind nicht minderjährig okay also mach die kommentare bitte auf und deaktiviere sie nicht danke ich hoffe das hat wirklich geholfen aber ich glaub die werden sich das gar nicht angucken ich glaub die werden sich das gar nicht angucken ich glaub die werden sich das gar nicht angucken ja warte 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 familie beitreten 1 bilonesin ich brauche eine familie ich ja du bist jetzt in meiner familie hoff ich ja jupi 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 guck mal spring sogar jupi warte so freue ich mich warte warte dieses schild ist jetzt im weg hier wo bist du denn jetzt hier unten ach da ist sie so wir springen jetzt hier unter hey so freue ich mich guck mal jupi mein wlan hat es äh gerade gespinnt äh gespann oh man gespinnt und deswegen haben wir dich gehört an wen du gesponnen ja an wen du die ähm grüße und zwar grüße gehen raus an sherwin ja hannes und leo wenn ihr das seht seht ich komme mir gerade echt blöd vor und an Kevin King eigentlich an alle jungs außer an julie nicht ja also ich würde sagen an alle jungs die dieses video lieben also wenn die kommentare nicht deaktiviert sind schreibt es mir in die kommentare und ja bitte wenn ihr mich mal seht seht ihr könnt mir auch beitreten also ihr könnt auch meine freunde werden meine auch ja nein jetzt haben die youtuber gesehen dass ich nur noch 15 prozent habe aber das ist ja nicht so schlimm weil dieses video geht eh nur noch 8 minuten also in diesem video sind wir halt Schlittschuh gefahren leute und im nächsten video geht es auch weiter ich glaube beim nächsten video werde ich dich dann auch nochmal mitnehmen ja und vielleicht auch pia wenn ich zwei video anrufe gleichzeitig machen kann weiß ich nicht nein das geht nicht naja weil sie ist auf whatsapp du bist auf signal ähm also ich kann jetzt nur noch und dann gehe ich raus ja mein video ist eh gleich zu ende so leute ich würde sagen das war's für heute wir sehen uns dann beim nächsten mal und ja mit mir ja ich hoffe das video hat euch gefallen gebt ähm uns doch ein like und abonniert diesen kanal und wie gesagt folgt mir für mehr ich hab euch ganz doll lieb ich denke ich euch auch wenn ihr euch oder ich